Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ich will mal zunächst feststellen, dass ich es ziemlich unmöglich und ehrlich gesagt auch nicht akzeptabel finde, dass Sie auch in dieser Regierungsbefragung wieder die Fragen von freigewählten Abgeordneten aus der Opposition nicht beantworten. Sie haben die Frage der Kollegin Breher nicht beantwortet und deswegen frage ich nochmal ganz konkret nach. Wird diese Bundesregierung die Freibeträge, die Kinderfreibeträge oder den Freibetrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildung entweder einfrieren oder absenken, um die Kindergrundsicherung zu finanzieren? Ich habe Ihnen eben bereits berichtet, deshalb ist Ihre Auskunft falsch, dass wir ausschließlich Festlegungen über Leistungshöhen getroffen haben in dem Koalitionsvertrag. Weitere Festlegungen etwa zu steuerrechtlichen Fragen gibt es nicht, deshalb kann man über sie auch nicht berichten, auch nicht auf die 84. Nachfrage. Vielen Dank.